Hey Leute, herzlich willkommen beim neuesten Video auf unserem Channel JustZino. Euch erwarten gleich die witzigsten Clips und Highlights aus dem vergangenen Monat September. An dieser Stelle wollte ich mich bei euch allen einmal bedanken für die ganze Liebe und den Support, der uns im vergangenen Monat widerfahren ist. Vielen, vielen lieben Dank Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Film ab. Ich hoffe, das Auto ist offen, Watto. Ich auch. Verfallen, 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 verfallen. Hey, das mache nur ich, man. Chill mal kurz. Verdammte Scheiße, man. Los. Komm in den Zugschacht hier. Nein, 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 Herr Weißer. Ich bin nicht. Achso, du riechst im Handy. Okay. Ach, du nennst mich. Watto, es gab leider eine schlechte Nachricht. Was denn? Du bist eine Ratte, habe ich gehört. Ey, bitte, Mann. Nein, unsp... Für einen Beweis, dass du den umgelegt hast. Ja, Mast hört. Was ist denn? Guck. Es ist alles im Lohn. Scheiße. So eine Scheiße. Ja, ja, ich habe hier einen... Wieso passiert das immer? Tut mir leid, der ist nicht zu verkaufen. Wie viel haben sie bezahlt? 125 Diamante, ne? Boah. Ich bin nicht wirklich... Ich glaube, du warst noch von Mechanica. Ich glaube... Danke dir, Watto. Ist auch gestern erst angekommen, ne? Sehr geil. Aber ein bisschen zu schnell für Kuba manchmal. Ist es ein Import, oder? Ja, ist ein Import. Oh, Ball. Verdammt! Yo. Wie viel fährt denn das, so Geschwindigkeit? 420 war das... Aaaah. Scheiße. Ja gut, ich weiß, was du meinst. Machst du auf dich, ja? Sieht jetzt gerade schlecht für mich aus, oder? Er sagt, es sieht schlecht für mich aus, Digga. Ich will nicht zulissen. Guten Tag, die Herren. Ja, Montana. Sie, grüßen Sie. Ja, guten Tag. Was ist denn mit Ihrem Auto passiert, Mann? Ja, das wird uns entwendet und umlockiert. Das machen wir jetzt erstmal wieder richtig. Sie, das sollten Sie machen, ne? Mhm. Digga, what the fuck? Jawohl, Digga. Jungs, wir sind wieder back in GTA San Andreas. Oh nein. Was? Da musst du mich erstmal kriegen. Oh, shit. Oh, shit. Warte, es ist immer das gleiche. Es ist verdammt nochmal, jedes Mal. Mir geht es gut, verdammt. Tschüss, das ist einfach zwei Meter neben mir. Ich muss gerne halbe Stadt. Ich bin wieder warm, ich bin wieder warm. Was ist gerade, Mann? Ja, ja, lass den mal abschleppen. Danke dir, Wato. Wato, ich bin wieder rausgekommen. Si, danke dir. Oh, jeder fährt jetzt sicher. Wato, willst du nicht mal fahren mit dem Auto? Okay. Aber wir sollen ankommen, ne? Ja. Ich komme auf jeden Fall weiter als du. Das will ich sehen, Wato. Dann müssen wir das mit Frank verschieben. Oh, doch nicht, doch nicht. Okay, doch nicht, doch nicht. Wato, vergiss nicht zu bremsen. Oh, die Stadt, also das ist ja, das hat... Das hättest du mir vorher sagen sollen. Das war ja gar nicht, also das war ja null Covid, also nur geradeaus. Das Ding ist einfach abgehoben. Bitte nicht. Auf mein Kommando, aber warten. Noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich will nicht sterben. Sagen Sie meinen Tanten, dass ich Sie lieb habe. Ich habe ihn nicht losgelassen. Sancho! Er hat das Ganze so kompliziert gemacht. Was macht Sancho? Jetzt kommen die Medics. Oh, Mann. Warte. Wir müssen Sancho... Wato, ich habe etwas Wichtiges zu klären, bitte. Ja, ja, ich habe auch mit dir etwas Wichtiges zu klären. Si, das muss ich hinterher anschieben, leider. Ne, 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 ne. Wir treffen uns gleich, oder ich werde beim Gerichtshof eine Aussage tätigen. Du kannst mich ja nicht vor der Bundeswehr in direkt ziehen, aber was denkst du denn, wenn ich bist, wo hast... Ja, wenn das klare klappt. Ja, das stimmt. Warum sagen wir bestellen, Mann, das ist kein Rennen. Oh, Fehler, zwei von fünf. Bin zu schnell gefahren. Zwei ist gut. Jetzt halte ich einfach dran. Ja, weil er sagt, dass er nicht durchgefallen ist. Aber er würde ich fühlen, wenn er durchfällt. Oh, Fehler! Drei von fünf jetzt. Ey! Vier von fünf! Mann! Mann! Nur noch ein Punkt jetzt. Wo sind sie? Ich bin doch hier drin. Okay, Sascha. Schau mal, was? Ich habe nichts zugehört. Ich auch nicht. Der, wofür... Ich enthalten... Ich stelle mich zu der Ort, ich enthalte mich. Ja, wer sich enthalten will, der kommt zu mir. Ja, super. Super, 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 super. Sie enthalten... Warte, komm rüber, komm rüber. Sie enthalten sich für sich selbst. Was ist das denn? Das ist drei gegen null, ha? Drei gegen null. Drei gegen null. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy klapp, ha? Du oder was? Ja, du hast recht. Si. Du darfst dich nicht verteidigen, hier. Si, es kommen irgendwelche Gangs und können dich auf der Straße abknallen. Du kannst dich nicht mehr wehren. Was ist das? Sag's mir bitte. Ja, du hast recht, du hast recht. Jeder muss eine Waffe kriegen. Damit wird es sicher. Das ist da echt gut. Da wird ständig auf offener Straße geschossen, auch wenn da Familien unterwegs sind. Si, das ist denen völlig egal, hermano. Das Problem ist... Richtig, das ist die Zukunft, für die bin ich. Warte, er macht... Er hat gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin. Komm, ich holen. Warte, in Kuba war ich, wie sagt man, Parkourläufer. Das habe ich gerade gesehen. Warte, kannst du Spagat? Äh, nein. Es ist gleich Sonnenwende, ich bin ja genau richtig wach geworden. Warte, lebt der noch? Wir müssen einen Medic rufen. Probieren wir jetzt, wo wir schon bei weiß sind, bitte einmal weiß mit blauer Perle-Effekt. War das, Wato? Ja, ich denke, das kann ziemlich geil aussehen. Oh, Wato, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ach, du heilige. Ey, Wato, ich wollte nur Licht. Wie kann man denn hier Licht machen? Ach, du heilige Scheiße. Oh nein, Dios mio, Mann. Aber so weit wird es nicht vor, ey. Das war es, Wato. Mein Tank ist leer. Wir haben mein Reifen erwischt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Wato, gib mir eine Waffe jetzt, Werdamm, Mann. Wollt ihr mich farschen? Meist den Ball, Manolo. Nein, ich habe einen, ich habe den Fahrer, ich habe den Fahrer, ich glaube, ich habe den Fahrer, weg, 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 ich habe ihn getroffen, komm, komm. Weg. Bist du hier raus? Nein, mierda. Mierda, bist du... Pritz, wir haben Fahrer, sie verloren, Mann. Warum? Er ist gegen die verdammte Tür gelaufen. Warte, 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 warte. Hör auf, hör auf zu schieben, Mann. Mierda, hör auf zu schieben. Warte, 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 warte Untertitelung des ZDF, 2020